Die Schweine haben unsere Eier gestohlen und wir holen sie uns zurück. Ich brauche ein paar echt wütende Vögel. Ja, meine Rede. Eierpopeia, ein leckeres Maus. Oh mein Gott. Abflug. Oha, er kommt zurück. Hat jemand einen Eisbeutel da? Sie kann Feuerbälle aus dem Popo schießen. Angry Birds, der Film im Kino. Angry Birds, der Film im Kino. Angry Birds, der Film im Kino. Er kommt zurück. Gute. Vielen Dank.